Herzlich willkommen am Universitätsklinikum in Augsburg. Mein Name ist Andrea und heute zeige ich Ihnen, wie Sie sich online registrieren können, um die Wartezeit am Eingang zu verkürzen. Zuerst gehe ich auf www.uk-augsburg.de. Dort kann ich mich als Besucher online registrieren. Danach erhalte ich per E-Mail den QR-Code, welchen ich am Eingang vorzeigen muss. Am Eingang kann ich dann direkt den Besucher-Fasttrack nutzen. Dann muss ich noch meine Hände desinfizieren. Und dann gehe ich direkt zur Anmeldung mit dem QR-Code. Hallo, Sie haben einen QR-Code? Okay, dann dürfen Sie durch. So einfach können Sie die Wartezeit am Eingang verkürzen. Bis bald und bitte bleiben Sie gesund.